Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Thema Sales Strategy, Vertriebsstrategie. Und dafür habe ich mir Markus Selzer eingeladen. Markus, wir kennen uns aus der GSA. Du bist in einem sehr ähnlichen Umfeld unterwegs wie ich, vielleicht nur schwerpunktmäßig in der Schweiz. Du beschäftigst dich als Sales Coach mit mindestens 20 Jahren Vertriebserfahrung mit dem Thema, was spielt eigentlich der eigene Kopf, die eigene Einstellung, der eigene Wille, das eigene Denken für eine Rolle für Erfolg im Vertrieb. Du bist spezialisiert auf das Thema Dienstleistungen im weitesten Sinne, also Banken, Versicherungen, IT-Dienstleister. Und du bist Buchautor mit dem Titel, Wohin willst du? Eine Reise in deine innere Klarheit. Ich bin gespannt, wenn wir das diskutieren, weil es geht um die richtige Aufstellung, das richtige Mindset, die richtige Strategie im Vertrieb. Ich freue mich auf unser Gespräch. Markus Selzer. Hallo Stefan, ich freue mich auch. Danke dir. Lass uns doch gleich einsteigen. Was ist denn für dich das Wichtigste an der Vertriebsstrategie? Das Wichtigste an der Vertriebsstrategie ist für mich ganz klar die Klarheit. Ich mache dir ein kleines Beispiel. Ich bin ja ganz viel mit dem Thema Segeln und den Segelnmetaphern unterwegs. Und es gibt so eine schöne Metapher, die ich gern brauche, die heißt volle Fahrt voraus, der beste Weg ins Verderben. Was heißt das? Das kennst du ja auch, der Klassiker. Herr Selzer, wir müssen im Vertrieb Gas geben. Unsere Außendienst, unsere Key Account Manager, die müssen jetzt einfach mal ran. Wir brauchen Training für die Akquise und die müssen fit sein im Abschluss. So, was wollen die jetzt von mir? Die wollen, dass ich ihnen dabei helfe, dass sie die richtigen Leute finden. Und die wollen, dass ich die Leute trainiere. Und zwar, wie sich da immer wieder herausstellt, ohne Plan und ohne Ziel. Stefan, du kennst es ja, du wirst ja auch gerufen, wenn es im Vertrieb brennt. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch schon ein paar Erfahrungen gemacht hast, dass du dann ein paar Fragen stellst und merkst so, oh mein Gott, das führt ins direkte Verderben, wenn wir jetzt da weitermachen. Ich stelle immer die Grundsatzfrage. Grundsatzfrage ist, ist das Boot, auf dem man gerade segelt, eigentlich segeltauglich? Also, was passiert eigentlich, wenn ihr jetzt mit dem, wo ihr unterwegs seid, Vollgas gebt? Gibt es einen Mastbruch, wenn es einen Sturm gibt oder kommt ihr wirklich durch? Und dieses, wir suchen irgendwen für irgendwas, das mag ja ganz gut sein, wenn du 40 Außendienstmitarbeiter hast und 10% einfach nicht performen. Dann kannst du die immer irgendwie ein bisschen ausgleichen und die Guten reißen dich schon wieder raus. Aber bei den Kunden, bei denen ich unterwegs bin, dann reden wir eher davon, die haben vielleicht 5 bis 10 Außendienste, dein Markier-Account-Manager. Und wenn du jetzt einen hast oder eine, dann heißt das, dass bei 5 Leuten einmal 20% von deinem Business at Risk ist. Also, wenn die Person nicht das macht, was du dir vorstellst, dann könnte das eine ganz, ganz heise Sache werden. Ja, also gerade in kleineren Teams ist natürlich die Sache mit dem Ausgleich nicht ganz so leicht. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass gerade in kleineren Teams in der Regel auch eine klare, präzise Methodik fehlt. Also, dass dann im Prinzip so eine Art Kunsthandwerk stattfindet. Jeder macht irgendwie, was er am besten kann. Und der eine macht es halt Persönlichkeit und der andere macht, keine Ahnung, Kraftverkauf über Wille oder über Durchhaltevermögen. Und der nächste ist vielleicht besonders charmant am Telefon und kriegt es darüber hin. Jeder macht dann, wie er denkt. Und es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, so richtig Dinge zu verbessern, weil nicht klar ist, wo sind denn die Stellräder. Also, das wäre so, als ob man sagt, komm, optimier mal hier diese Maschine. Und es gibt aber überhaupt keinen Zugang zu der Maschine. Die ist irgendwie eine Blackbox. Die macht irgendwas und keiner weiß so genau, was passiert da eigentlich? Und was sind denn die Prozesse, die da drin stattfinden? Und was sind denn die Teilprozesse? Und wie kann man die optimieren? Und an welchen Stellen passieren die Fehler? Ja, durchaus. Und das Spannende ist ja das, immer dann, wenn ich mal mit den Fragen einsteige, stellt sich heraus, dass dann kommen so Sachen wie, ja, beim Rekrutieren haben wir irgendwie kein gutes Händchen. Es ist noch recht schwierig, da die guten zu bekommen. Aber wir haben das jetzt gelöst. Also, wir haben da jetzt ein dreitägiges Assessment. Da schicken wir sie alle durch. Und dann haben wir noch einen Trainingsplan aufgestellt. Also, da müssen die wirklich, da wird hier ganz hart, wird da reingeklotzt und da müssen die einfach ran. Und dann kommt die Folgefrage und sagt, ja gut, aber wenn ihr schon ein Assessment habt und einen Trainingsplan, warum läuft es nicht? Also, warum genau braucht ihr mich dann jetzt? Was ist es denn? Und dann stellt sich heraus, ja, es ist trotzdem sehr, sehr mühsam. Und die Führung von den Außendiensten, die ist extrem kompliziert geworden. Also, unser Verkaufsleiter, der braucht so viel Zeit, um die Leute on track zu bringen und einfach die ganz normalen Sachen irgendwie einzufordern. Da werden irgendwie die Reportings nicht gemacht. Damit kann man ja noch leben im Vertrieb. Aber das Thema ist, dass auf den Reportings auch nichts draufsteht. Das heißt also, man muss den Leuten das Basic-Handwerk wieder irgendwie jeden und jeden Tag beibringen. Und ja, das verschleißt einfach meine Leute. Das ist unglaublich. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen